Ob die Mitstreiter genauso begeistert sind? Hier kommen sie. Welche Erwartungen habt ihr an den heutigen Abend? So wie wir den Hendrik gestern kennenlernen durften, würde ich eher auf eine gehobene Küche tendieren. Ich denke, dass er das Ding schon gut meistern wird. Er hat alles durchdacht, er macht alles tausendprozentig. Die Chance liegt nur darin, dass er an sich selber scheitert. Ich hoffe es. Tausendprozentig ist auch der Empfang, den Hendrik vorbereitet hat. Achtung! Herzlich willkommen in der guten Stube! Geil! Das finde ich stark, ne? Ich finde das auch nicht zu viel, ich finde das cool. Im Begrüßen war auf jeden Fall immer was anderes, da merkt man auch, was es für ein Teambuilding bei ihm ist. Herzlich willkommen in der geografischen und kulinarischen Mitte des Ruhrgebiets. Wir freuen uns, euch heute hier in der grünen Lunge des Ruhrpots begrüßen und kulinarisch verwöhnen zu dürfen. Hinein in die gute Stube. Was sagt die Konkurrenz zum modernen Design? Oh, das sieht ja hier klasse aus. Wahnsinn! Der erste Eindruck ist also schon mal ein Volltreffer. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte es nicht so Nobel hier drin erwartet, so vom ersten Eindruck von draußen. Ich bin sehr angenehm überrascht. Als ich ihn gestern gesehen habe, nach einer Minute, war es mir eigentlich klar, dass er sowas präsentiert hier. Ich habe es befürchtet, er muss scheitern heute. Ich muss ihn kriegen. Er bleibt einfach ein Witzbold, ne? Ja, ist ja nicht ernst gemeint. Das merkt man ja, oder? Naja, vielleicht doch ein bisschen. Schließlich will hier jeder am Ende der Woche den goldenen Teller mit nach Hause nehmen. Hallo, wie geht's euch? Sehr gut. Darf ich euch die Nadine vorstellen? Unsere Serviceleitung und Sommelier seit Neuestem. Ja, ich freue mich, Sie heute Abend begrüßen zu dürfen und Ihnen zur Seite stehen zu dürfen. Ein edles Tröpfchen kann ja also auch problemlos geordert werden. Was sagt ihr denn zur Auswahl der Speisen? Warte, ich gucke mal, wo die Currywurst ist. Werde ich hier nicht finden. Also ich zitiere mal eben kurz. Parmesan, Kartoffelschaum mit Feigenjuice oder Seeteufel in Pimentjuice. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist hier was, was ich alles zum ersten Mal lese. Und die Überraschung ist für mich, wenn ich es aussprechen kann richtig, wenn ich es dann bekomme, ist meine Überraschung schon sehr groß. Was sich dann vorfindet, ich hoffe, ich werde satt. Was ist das für ein blödes Vorurteil, dass man denkt, wenn einer sich für die Fine Dining gehobene Küche entscheidet, dass man da nicht satt wird? Das ist ein falscher Gedanke. Ich rate jedem, das auszuprobieren. Wirklich. Die Karte wechselt übrigens jeden Monat aufs Neue. Die Bestellungen stehen schnell. Dann geben wir eine Küche bis in Arbeit und kommen gleich wieder. Alles klar. Dankeschön. Tschüsschen. Wir haben schon beide festgestellt, wir sind nicht gerade so die wirklichen Gourmet-Experten im Fachterminis. Ich hoffe, wir scheitern nicht in der Küche, dass der Koch uns nicht viel erklärt. Weil da sind wir eine Liga. Wir sind westfälisch. Beide sind wir westfälisch. Und das ist hier nicht wirklich geboten. Mais non, heute heißt es französisch statt westfälisch. Bienvenue. Hallo. Hallo. Du bist der? Thorsten, hallo. Wunderbar. Hallo. Ich bin die Pia. Hallo. Ich grüße euch. So. Willkommen beim Stör. Wir machen heute den Stör mit euch, ganz genau. Cool. Was machen wir schönes? Wir haben natürlich das schöne Störfilet. Das werden wir jetzt als erstes gleich mal räuchern. Wo kommt der Herdefisch? Das ist jetzt die Zuchtwaren. Die kommt jetzt aus Italien. Ja, das ist die frische Ware, die wir kriegen. Oh, okay. Richtig große Fische sind das. Ich glaube, die breite Masse an Menschen denkt beim Stör einfach nur an den Kaviar. Ich sage aber, dass du einfach ein sehr wohlschmeckendes, tolles Fleisch hast. Aber sie sind in ihrem Bestand wirklich gefährdet und deswegen kommen ja inzwischen fast alle aus der Aquakultur. Insgesamt sind 25 verschiedene Arten des Störs bekannt. Gut, dann Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Wir werden das einmal räuchern, das Ganze. Ja. Da habe ich hier die Räucherfeiche vorbereitet. Das ist so ein Gericht, was aller Minute zubereitet wird. Das Störfleisch an sich ist eher fest und relativ geschmacksneutral. Es geht jetzt letztendlich wirklich darum, dass der Fisch geräuchert und ganz kurz angegart wird. Ich mache noch ein paar Tropfen von einem guten Olivenöl drauf und dann sage ich mal bestimmt zehn Minuten, 15, zehn bis 15 Minuten, dann ist er fertig. Und da kommt jetzt wieder so eine Klarsichtfolie drauf, dass wir auch sehen, wie sich der Fisch unter der Wärmelampe entwickelt. Und nebenbei mache ich dann gleich die Räucherpfeife an. Nur zur Erinnerung, wir sind hier in einem der 500 besten Restaurants des Landes. Sehr, sehr cool. Habe ich auch. Kann man richtig coole Sachen mitmachen, auch unter der Glosche. Selbst so Salate in so einem Rauch servieren, wenn du es abziehst und so, ist schon cool. Was ist das jetzt da oben drauf, was du anzündest? Das ist die Räucherspäne. Das ist so Buchenspäne, die wir da haben. Und die nutzen wir zum Räuchern. Es gibt halt ein schönes Aroma, das ist halt das klassische Räuchern, die Buche. Und genau. Ja, ich bin mal gespannt, wie es jetzt so wird. Und ja, ich lasse mich mal überraschen. Ich habe das noch nie gesehen. Ich bin schon sehr gespannt, du auch. Ja, ich glaube, ich kann dem Koch bestimmt ein paar Tricks an der Frituröse zeigen. Also das ist alles gut. Jetzt machen wir die Rote Beete weiter. Rote Beete, Gelee. Ach, eine Rote Beete, aus der kannst du alles machen. Von dem Gemüse über Gelee, was wir jetzt gerade hören. Da ist ja auch alles möglich. Genau, was brauchen wir dazu? Das ist Rote Beete-Saft. Dabei bleibt es aber nicht. Und hier habe ich noch den Himbeer-Essig, den mache ich gerne mit zur Rote Beete dazu, weil der schmeckt hervorragend zur Rote Beete. Ja. Und dann zum Binden haben wir einmal das Agar-Agar und den Jota sind pflanzliche Geliermittel. Und ich verzichte halt gerne dann in dem Fall auf die fleischliche Variante, also in dem Fall kein pflanzlich. Das klingt schon wieder nach tausend Punkten, das wird nicht besser für mich. Nicht gut. Also der Thorsten ist auf jeden Fall ein Meister seines Faches. Er versteht sein Handwerk, er hat die Küche im Griff, er gibt klare Ansagen. Ich meine, der Thorsten war lange Jahre bei einem der Besten als Küchenchef. Also das muss man jetzt mal klar sagen. Es würde mich schwer wundern, wenn da nicht gleich mal in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr mal der Michelin auch schnell vorbeischaut. Jetzt muss das Ganze natürlich einmal richtig durchkochen, damit es auch bindet. Und dann wird es abgefüllt und kalt gestellt. Schmeiß auf den Herd, komm. Auf geht's. Dirk und Pia wissen ganz genau, Thorsten wird heute Abend die Messlatte extrem hochlegen. Wie geht's denn weiter? Das stellen wir jetzt mal kalt, das muss ja durchkühlen. Und natürlich habe ich auch was vorbereitet, weil drei Stunden warten auf die Vorspreise wollen wir auch nicht. Ach, der ist ja ein bisschen lange, ne? Ja, sind wir mal gespannt. Ah, da ist es schon. Voila. Ja, jetzt ist Fingerspitzengefühl gefragt. Also er hat uns erklärt, er schneidet diesen Rote-Bete-Gelee ganz, ganz vorsichtig, damit er nicht wieder flüssig wird oder zerbricht. Das sind so Mini-Würfel, also er ist so zeitaufwendig. Wahnsinn. Ja, dann würde ich sagen, sollen wir schon mal anfangen anrichten. Auf jeden Fall, bitte. Da gibt es noch ein bisschen mehr dazu, wie den Stör. Seit Juni 2018 verleiht Thorsten der guten Stube mit seiner gehobenen französischen Küche seine ganz eigene Handschrift. Also ist schon ein Kunstwerk, ne? Absolut, ja. Wahnsinn. Aufentenleberpraline mit Kürbis, Quittengel und Knuspermüsli freut sich Thorsten. Mildgeräucherte Tranchen vom Stör, Imperial-Kaviar und Rote-Bete-Kresse für Pia und die Creme von der Blatt-Petersilie-Falafel und Petersilienwurzelschaum für Dirk. Optisch meins und wie ich das bei euch urteilen habe, eine glatte Eins, Farmspiel sehe ich drauf, Ast rein, verschiedene Texturen, so wie ich es erwartet habe. Es sah so gut aus, da guckst du ein bisschen länger drauf und dann fängst du das von links nach rechts oder von rechts nach links, fängst du das dann zu zersetzen und dann ist es auch gut. Mit der Optik ist Steffen schon mal happy. Aber schmeckt die Vorspeise auch? Ich habe ja den konfierten Lachs bestellt. Man merkt, der Lachs ist auf jeden Fall ein sehr qualitativer Lachs, hochwertig, super abgeschmeckt, schon gegart, super zart auf der Zunge. Der Lachs wurde halt zubereitet, wie es in der Speisekarte stand, konfiert. Das ist einfach eine schöne Form des Garens, idealerweise im eigenen Fett, bei niedriger Hitze. Gehen wir weiter zum Mango-Gel. Püree-Gel-mäßig, gelmäßig, auch schöner Mango-Geschmack, nicht zu salzig abgeschmeckt. Also ich würde sagen eher neutral, aber weil sich da der Koch Gedanken gemacht hat mit diesem Saiblings-Kaviar, der dann natürlich die Salznutze dann zubringt. Ich würde es genauso machen, Fazit ist halt, wie es Zusammenhalt schmeckt. Ast rein, fand ich super lecker. Die Dame in der Runde schweigt und genießt noch. Na, Pia, alles gut? Erzähl mal. Also bei mir ist durch die ganze Zubereitung, hätte ich nicht gedacht, dass jedes wirklich nach Roter Bete schmeckt. Ob es jetzt die Chips sind oder hier der Gelee. Also ganz, ganz toll. Und dann die frischen Kräuter noch dazu, die Kresse. Sehr, sehr lecker. Also sowas habe ich zum ersten Mal gegessen und würde es mir auch immer wieder bestellen. Und ich glaube, das ein oder andere versuche ich mal nachzumachen. Es freut mich, dass die Pia ganz offen zugibt, kenne ich nicht, habe ich so noch nicht gegessen, aber eben eine große Begeisterung hat. Pia, ich habe nochmal eine Frage zu deinem Stör. Ich glaube, der stand auf der Karte, dass er geräuchert wurde vorher. Schmeckt man das geräucherte? Nee, schmeckt man jetzt nicht mehr so stark, finde ich. Ich glaube, das soll einfach nur dezent sein. Es ist an der Zeit für einen offenen Erfahrungsaustausch mit Gastgeber und Küchenchef. Wie hat es richtig geschmeckt? Die Entenleber ist klassisch als Terrine und dann in so einem, ja, ich glaube, das ist ein bisschen Popcorn, Sonnenblumenkerne, so ein crunchy Mantel überzogen. Schmeckt sehr interessant. Das finde ich einfach eine tolle Idee, weil es wirklich so im Mund so ein crunchiges Gefühl gegeben hat zu diesem cremigen Gänseleber. War toll. Kürbis ist auch vom Püree her super abgeschmeckt. Ich bin begeistert. Ich fand dieses Quittenkompott mega lecker, Konsistenz, alles top. Mein einziger Kritikpunkt, ich hätte das Kürbiskernölschwämmchen nicht gebraucht, weil es für mich einfach auch keine Geschmacksexplosion war. Gut, nehme ich gerne entgegen. Also für mich ist es halt so, der Kürbiskernsponge als Ergänzung zu dem Brioche. Ich finde es halt auch als kleiner Farbkontrast dazu, schmeckt irgendwie auch noch Kürbis. Aber natürlich, man muss auch offen sein für Kritik. Nehme ich gerne entgegen. Dankeschön. Ja, das nimmt er trocken weg. Du, man muss auch nicht immer 100% erreichen. Wenn man 95% erreicht, ist es auch gut. Aber reicht es denn für 95%? Dirk, du bist. Also, jetzt sind wir bei der Kritik. Jetzt stellt euch mal gerade hin, Jungs. Denn jetzt gibt es ordentlich was auf die Ohren. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keine bessere Suppe gegessen als diese. Also das war richtig großartig. Die Suppe hatte zwei Komponenten. Einmal die Petersilienwurzelschaum und einmal die Petersiliencreme. Und das zusammen gegessen, das gab eine Geschmacksexplosion par excellence, auf die ich 50 Jahre gewartet habe. Das ist mal eine Ansage, ne? Stark. Das sind 10 Punkte. Danke. Besser kann es nicht laufen. Der erste Gang war formidabel. Ob die Hauptgerichte auch so absahnen können? Hi. Grüß dich. Hi. Hi. Thorsten, hallo. Hi. Genau, Thorsten, hallo. Was zauberst du uns heute? Ja, was machen wir heute? Einer von euch hat sich da die Taube ausgesucht, habe ich gehört. Ja, das bin ich. Ich sage mal so, die Taube gibt es eher in der gehobenen Gastronomie. Und wer hat es bestellt? Unser Kandidat Thorsten. Die Taube gibt es mit Schwarzwurzeln dazu, mit Kunkquats, Rosenkohlblättern. Die Taube und ein bisschen gurgelter Gänseliebe gibt es dazu. Schön, geil. Also das Gericht Taube ist definitiv französische Küche. Findet man sonst jetzt in der Art und Weise nicht im Ruhrgebiet, im Ruhrpott. Ich sehe gerade, du verwendest eine ganze Taube. Was davon benutzt du für unser Gericht? Also jetzt für dieses Gericht benutze ich tatsächlich nur die Brust. Und die Keulen verwende ich dann noch weiter für ein Gericht. Und dann gibt es irgendwann da vorne vielleicht ein Amüsküll oder so. Also das findet schon auch den Weg zurück zum Gast. Sehr schön, super. Ja, da wird alles verwertet. Dann zerlegen wir mal die Taube. Klassisch in die Keulen. Und Taubenfleisch hat einen entscheidenden Vorteil. Es gilt als sehr gesund. Genau, ja, jetzt müssen wir noch natürlich den Rumpf abschneiden. Meist schmeckt das Fleisch nur von jungen Tauben. Bei Tieren ab einem Jahr ist es oft extrem zäh. Genau, und von den Karkassen, von den Flügeln, da kochen wir noch eine schöne Jus von. Die brauchen wir natürlich auch für später. Und es fehlt natürlich noch das Gabelbein muss raus. Das mache ich immer ganz gerne weg, weil die Taube wird an der Karkasse gebraten, also am Knochen gebraten. Und damit ich das hinterher einfach habe beim Schneiden, ist hinterher mit einem Schnitt die ganze Brust weg. Und ich muss nicht erst um dieses Gabelbein herum schnippeln. Nach der Vorbereitung kann die Taubenbrust jetzt in die Pfanne. Was ist hierbei besonders wichtig, Thorsten? Es ist wirklich auch eine ganz klassisch gebraten Taubenbrust. Kurz, ja, wie man sieht, kurz Farbe geben, dass sie halt kross wird. Und dann geht sie schön in den Ofen rein. Das übernimmt dann mal der Kollege. Die Konkurrenz ist auf jeden Fall beeindruckt. Was ich sehr gut fand, war, dass der Thorsten die Brüste auf den Knochen gelassen hat. Da ist einfach der Vorteil, wenn das Fleisch im Ofen auf dem Knochen gart, bleibt es einfach saftiger. Ja, das ist ganz logisch. Da liegt es einfach auf dem Gerüst, auf dem eigenen Knochenbau und hat auch noch den Geschmack von dem ganzen Knochen. Wir haben bei dem Gericht ja noch die Schwarzwurzel drauf. Ja, also Schwarzwurzel ist ein schönes Gemüse. Man sagt auch Winterspargel dazu. Zum Putzen für einen Lehrling nicht so schön, weil das ist ja voll mit Sand. Aber das lohnt sich allemal. Da ist sie jetzt in dem Fall schwarz. Ich kenne es so, wenn man die Schwarzwurzel schält, dass man eine helle Farbe da drunter hat, eher weißliche. Wie hast du die bearbeitet? Ja, wir haben die bearbeitet. Das kann ich dir jetzt erklären. Und zwar ist es, die Schwarzwurzel oxidiert halt sehr schnell und klebt. Und dann behandelt man die so, dass man die kurz in Essigwasser legt. Und danach wird sie tatsächlich wieder schwarz gemacht, indem ich eine pflanzliche Kohle nehme. Passt ja gut zur Ruhrpott, ne? Wenn dir die Kohle hinpasst, wo denn da, ne? Ja, im Prinzip wird jetzt alles nur noch in Sortösen aufgeteilt und separat alles warm geschwenkt. Und dann im Prinzip können wir schon anrichten. Sehr schön. Okay, dann gehen wir jetzt mal. Ich freue mich auf mein Gericht. Alles klar. Danke. So viel steht fest. Dieser Küchenchef überlässt nichts dem Zufall und will seine Gäste mit seinen Kreationen beeindrucken. Und hier kommen sie auch schon. Na dann, bon appetit. Der Seeteufel in Pimento Jus mit Mini-Artischocken, Oliven und Bulgur geht an Steffen. Und die Taubenbrust mit Amaronen-Jus, Schwarzwurzel und Gänseleber an Thorsten. Pia freut sich auf En Lé, also Nierenzapfen vom irischen Rind mit Portwein-Jus und Pastinaken-Püree. Hirschrücken mit Pfeffer-Jus, Buchenpilzen und geschmorten Karotten für Dirk. Schöne Tellersprache, ganz toll. Fleisch würde ich aus Entfernung sagen, alles auf den Punkt. Es gilt schließlich einen Ruf zu verteidigen. Denn die Vorspeisen haben alle überzeugt. Also ich hatte den Seeteufel, wo ich sagen muss, gar gerade wirklich optimal, definitiv. Qualität ist wirklich astrein. Vom Geschmack her hat man halt wirklich einen schönen Seeteufel-Geschmack gehabt. Der nicht so dominant war natürlich. Seeteufel ist tatsächlich auch für Leute, die nicht so richtige Fischliebhaber sind, eine gute Einstiegsdroge. Hat mir sehr gut gefallen, vor allem mit der Pimentorgie. Schön mit Sahne, definitiv gemacht. Nicht zu dick, nicht zu dünn. Für mich optimal. Man hatte halt wirklich, fand ich, einen Hauch mediterrane Soße gehabt. Eine leichte Schärfe. Hat super mit dem Seeteufel harmoniert. Superschön. Dirk, wie schaut es bei dir denn aus? Ja, ich habe hier meinen Hirschrücken. Hirsch ist wild und wild schmeckt eben wie wild. Und das ist dunkelrotes Fleisch, was einfach einen eigenen Geschmack hat. Der ist, ich muss sagen, natürlich auf den Punkt. Der ist medium, der ist super gewürzt. Also perfekte Fleisch eigentlich für mich. Und wenn der jetzt das schon gut findet, müsste er eigentlich auch ein Württchen über die Jus verlieren. Also das Pfeffer-Jus, was serviert wurde, hat mich schon erstmalig abgeholt in der Nase. Weil beim Anrichten kam es schon wirklich in die Nase. Und das hat sich dann tatsächlich auf der Zunge auch bestätigt. Das war top. Und was ich auch sehr schön finde, ist die Darbietung der Soße in dieser Flasche, wo ich dann einfach nachgießen kann, wie ich wollte. Also Soße macht sicherlich ein Koch aus. Letztendlich ein Steakbraten können wir alle irgendwie. Deswegen sagen wir Köche ja auch, dass ein Schmurgericht ja viel mehr Kochhandwerk hat wie ein Steakbraten. Weil da lebt ja das Schmurgericht eben auch von der Soße. Also Soße muss man können. Ich muss sagen, ein glattes 2 zu 0. Und im Moment für die Nachspeise liegt der Ball ohne Torwart vor dem Tor und wird ihn vielleicht auch versenken. Dirk schwebt also im Geschmackshimmel. Fliegen die anderen da mit? Also mein Anglais, ich esse das zum ersten Mal, ist wirklich auf den Punkt gebraten. Anglais ist ein Nierenzapfen. Das mit das beste Stück vom Rind. Hat aber glaube ich nichts mit der Niere zu tun. Nein, hat überhaupt nichts mit der Niere zu tun. Ist einfach ein ganz, ganz feines Stückchen Fleisch. Also eher Richtung Filet fast. Das kann man so auch nicht sagen. Es ist halt wirklich zart, aber es hat eine andere Struktur. Das ist irgendwie ein bisschen grober und trotzdem ist es trotzdem fein. Es hat aber mehr Struktur, wenn du es aufbeißt. Es ist echt geil. Es lässt sich butterweich schneiden. Und durch dieses ganze Gemüse ringsherum denke ich mal auch gar nicht, weiß Gott, wie doll gewürzt. Das Pastinakenpüree schmeckt eher süß, aber in Verbindung mit dem anderen Gemüse sehr stimmig. Einmal dieser weiche Püree, dann diese etwas festere Möhre, dann dieses gerollte Rübchen. Also toll. Die Portweindüe schmeckt mir ja auch sehr, sehr gut. Bei uns, wir lassen ja noch so ein bisschen Zwiebelchen so in der Soße drin. Und hier ist sie ja also richtig wie so eine Creme. Und ja, könnte man auch vielleicht mal so übernehmen, wie es hier zubereitet ist. Es gibt schon auch die ein oder andere Soße, die braucht natürlich auch ein bisschen was drin. Aber in diesem Fall alles richtig. Und das Sößchen ist einfach zum Niederkuchen. Die Hauptspeise hat auf jeden Fall meine Erwartungen übertroffen. Hendrik und Thorsten können sich also auf ihr Feedback freuen, denn das fällt ganz besonders aus. Will ich einfach sagen, tu mir, was zu tun ist. Oh. Na schau, schau. Thorsten, hä? Die Standing Ovation-Idee ist dem Dirk geschuldet, wo ich sagen muss, haben die beiden sich mehr als verdient sozusagen. Und wir wollten ihn vielleicht ein bisschen überraschen. Damit haben wir nicht gerechnet, dann kann ich den wieder weg springen. Mach's nicht kaputt, mach's nicht kaputt. Alles andere wäre eine Farce gewesen. Lieber Thorsten, ich spreche dich ganz direkt an. Es war ein perfektes Menü, was wir hatten hier. Es war ganz große Klasse. 1A. Dankeschön. Tja, auch danke. Das hören wir noch gerne. In der Szene ist der Thorsten einfach bekannt. Es ist einer, der vom Typus her ein ganz ruhiger Typ ist. Dieses leichte kleine Schmunzeln sagt schon, dass er sich irrsinnig freut. Also für mich ist das die absolut high-end, moderne Interpretation des Ruhrgebietsgerichtes. Weil wir haben die Taube, wir haben dann den Berchmann-Spargel, den du sogar noch mit Kohle gefärbt hast. Ja, was mich an der Schwarzwurzel begeistert hat, war, sie hat überhaupt nicht nach der Kohle geschmeckt. Das darfst du dir nicht vorstellen, du beißt jetzt in den Grill rein, ne? Also schmeckte wirklich wie Schwarzwurzel. Dazu den Püree, die Kumquats gaben nochmal so eine süße, säure, frische dazu. Also ich war restlos begeistert. Ich hätte jetzt unter diesem Aspekt, und das ist jetzt wirklich, sorry, aber das ist nicht, dass ich hier der Stinkstiefel bin, Klagen auf ganz, ganz hohem Niveau, hätte ich jetzt die Gänseleber nicht noch da gebraucht, ne? Die so leicht über die Schwarzwurzel annappiert war. Die Gänseleber ist mir leider in dem gesamten Gericht einfach mit den vielen Geschmäckern untergegangen. Naja, das ist, wenn so hoch gekocht wird, darf man auch noch was sagen. Aber ich muss dir ehrlich sagen, das war eines der besten Sachen, die ich hier in meinem Leben gegessen habe. Oh, Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Vielen Dank. Mir fehlen selten die Worte, aber habt ihr erreicht. Dankeschön. Bescheidenheit wird in der guten Stube groß geschrieben. Das natürlich ein dermaßen positives Feedback kommt, damit konnten wir, glaube ich, nicht unbedingt rechnen. Also haben wir nicht gerechnet. Speziell, wenn man darauf hinblickt, dass natürlich nicht jeder mit dieser Küche auch was anfangen kann. Die Konkurrenz kann es, und das ist die Hauptsache. Doch Thorsten ruht sich nicht auf den Lorbeeren aus, er bereitet schon die Desserts vor und wird auch hierbei beobachtet. Hallo Thorsten. Ah, grüß dich. Alles gut? Ja, alles gut. So, Nachspeise. Was gibt's? Was machen wir jetzt Schönes? Es gibt noch zum Abschluss einen Schokoladen-Passionsfrucht-Savaran. Oh, also Savaran habe ich noch nie gegessen. Selber natürlich auch noch gar nicht gemacht. Ich bin eher so bei einer Kugel Eis. Das ist so meins. Das wird ja nicht ein Savaran im klassischen Sinn, also kein Hefeteig sein, sondern im Prinzip geht es jetzt um die Form. Okay. Ja, das ist also ein Mousse, was wir da zubereiten werden. Das ist natürlich auch passend zu Thorsten. Da handelt es sich ja wirklich um ein Hefegebäck aus Frankreich, also alte französische Küche, wird aus einem gerührten Hefeteig hergestellt. Das ist dann eine sehr weiche Masse. Die kann nicht geknetet werden und deswegen wird die in der Form im Ring so gebacken. Dann fangen wir mal an. Als erstes würde ich sagen, die Schillernchen einweichen. Die brauchen wir später, damit das Dessert auf dem Teller irgendwann nicht wegläuft. Dann würde ich sagen, müssen wir einmal die Masse aufschlagen. Da brauchen wir einmal ein bisschen temperierte Butter brauchen wir dafür. Zur Butter gibt der Küchenchef noch das Mark einer frischen Vanilleschote. Das Ganze muss jetzt aufgeschlagen werden. Ich würde jetzt einmal das Eigelb und den Puderzucker mit rübernehmen. Und die flüssige Kuvertüre, also das ist jetzt wirklich nur eine weiße Kuvertüre. Die Edelform der Schokolade. Wissen wir, alle die gern backen. Und dann ab dafür. Zur schaumig geschlagenen Vanillebutter kommt nun Mehl dazu. So, Eigelb kommt noch dazu, weiter schön schlagen. Ich hätte jetzt auch eine Frage, wie lange, also kann man ja auch den Punkt verpassen jetzt. Also man soll jetzt nicht alles auf einmal reinkippen, weil die Butter muss das Ei ja auch irgendwo aufnehmen. Ja. Damit das Ganze nicht gerinnt. Ja, wie man sieht, ist ja noch alles... Hört gut aus. Schön cremig. Jetzt fehlt noch die weiße Schokoladenkuvertüre und... So, dann brauchen wir natürlich noch das Passionsfruchtmark. Die Passionsfrucht hätte ich mir aber stückiger vorgestellt. Also in dem Fall ist es jetzt wirklich ein Mark und keine frische Früchte, die wir auskratzen, weil ich sage nochmal, das ist halt nicht so ergiebig, die Früchte. Ja, die sind natürlich sehr intensiv vom Aroma und vom Geschmack, eigentlich toll. Aber jetzt für das Dessert, weil ich auch eine gewisse Menge brauche, nämlich ein fertiges Passionsfruchtmark, was ja auch eine sehr gute Qualität bekommt. Okay. Ich hätte letztendlich bei der Nachspeise eigentlich eine frische Passionsfrucht erwartet. Ja, fand ich ein bisschen wenig, eine Frucht fände ich mehr mit mehr Pfiff. Mehr Pfiff? Was soll noch mehr Pfiff haben, ne? Das Produkt, was er da hat, das ist super. Das sind dann Fruchtpasten zu 100 Prozent, Pürees, meine ich jetzt mal, und da gibt es gar nichts zu sagen. Um dem Fruchtpüree Stabilität zu verleihen, kippt der 43-Jährige noch vorher eingeweichte Gelatine hinzu. Das braucht nur ein bisschen Temperatur. Im Prinzip, wenn das so 40, 50 Grad hat, reicht es schon. Schön verrühren? So, dann wollen wir das nochmal beigeben. Ich sage nochmal, das ist jetzt eben nur ganz leicht temperiert. Und dann mixen wir das Ganze nochmal schön ein, nicht alles auf einmal. Soll ja schließlich schön fluffig bleiben. Noch etwas geschlagene Sahne unterheben und ab in den Spritzbeutel. So kann Thorsten die Förmchen leichter befüllen. So, wunderbar. Und jetzt geht das Ganze schon in die Tore rein. Wunderbar. Also mein Fazit zu der französischen Nachspeisenküche und zu der französischen Küche. Ich bin dankbar, es erlebt zu haben und ich freue mich auf die nächsten desfälische Küche. Und damit Vorhang auf fürs kulinarische Finale in der guten Stube. Das Dessert aus exotischen Früchten für Steffen. Die Dame der Runde beendet den Abend herzhaft mit Käse vom Affineur Waldmann, einem Käseverfeinerer der internationalen Spitzengastronomie. Thorsten versüßt sich den Abschluss mit weißer Schokoladenpassionsfrucht-Savarin. Und Dirk mit Aranguani, Schokoladenganache mit Quintensobby und Espressoschaum. Lecker. Also jetzt glaube ich, wird es nochmal richtig schön, was sagen wir denn, ist es gescheitgeschmackig. Schauen wir mal, ob der letzte Gang das hohe Niveau halten kann. Wer macht den Anfang? Also ich bin sehr begeistert von meiner Nachspeise. Ich hatte hier eine Aranguani-Schokoladen-Garanache. Und die schmeckt super. Also von der Konsistenz sehr fest, sehr schokoladig. Auf den Punkt, also vielleicht alleinstehend mir auch zu süß. Das ist so für mich süßer. Aber wenn du dann den Schritt wagst und gehst hier in das Baiser rein, was dich überrascht, weil es wirklich eiskalt war. Das kompensiert sich sofort und dann ist es wirklich eine perfekte Kreation. Übrigens ist es ein Sorbet und kein Baiser. Baiser ist aus Eiweiß gemacht mit Zucker. Das Gequansche, diese Kekskrümel-Quansch würde auch so ein bisschen mehr nach knusprig schmecken. Hätte ich nicht gebraucht, aber gehören wahrscheinlich klassisch zum Nachtisch dazu. Tun der Sache jetzt nicht weh, tun die aber auch nicht gut. Ich wäre auch ohne zufrieden. Das sind Aussagen, die passen überhaupt nicht her. Ich hoffe nur, dass er nachher dementsprechend auch abliefert, wenn er dann dran ist. Weil so wie er hier performt vom Mundwerk her, muss er einen Bombenladen haben. Harte Worte. Wie kommen bei Steffen die exotischen Früchte an? Gibt es auch von ihm Kritik auf der Zielgeraden? Also ich hatte die Variation von exotischen Früchten, hat sich, muss ich sagen, wirklich langweilig gelesen. Nach der Vorspeise wusste ich, was auf mich zukommt, sagen wir es so. Also mir war klar, dass er mir da nicht sozusagen Obstsalat aus exotischen Früchten hin klatschen wird. Ich muss erst mal aufs Sorbet hinweisen. Also wo man wirklich schon sieht, dass da definitiv ein Profi am Werk ist. Ich meine, es steht jetzt halt schon 10, 15 Minuten hier und hat immer noch eine super Konsistenz. Ich meine, es ist ein Mango-Sorbet. Würde ich von der Farbe auf jeden Fall so und vom Geschmack auf jeden Fall, hätte ich es jetzt auch rausgedeutet. Ich kann jetzt leider nicht, weil ich so viele verschiedene exotische Früchte hier drauf habe, nicht jede einzelne genau aus dem Gelee, aus dem Sorbet rausschmecken. Mango-Sorbet würde ich jetzt sagen. Geschmacklich ist es natürlich auch sehr fruchtig, nicht zu süß, was mir persönlich sehr schmeckt. Super Geschichte. Interessanter junger Mann, würde ich sagen. Gestern schon, ruhig, versiert, kennt sich gut aus, steht in der Küche, würde ich sagen. Cool. Kann die Interpretation des Savarans aus weißer Schokolade mit Passionsfrucht überzeugen? Wie sieht's aus, Thorsten? Ich hatte als Dessert die Interpretation vom Savaran. Ja, so wie ich jetzt einen Savaran kenne, klassisch, ist es ein Sandkuchen. Und dieser Sandkuchen wird mit einer Spirituose aromatisiert. Hat der Thorsten, finde ich hier mega kreativ, anders interpretiert, hat das mit einer Creme gemacht, weißer Schokolade. Und als aromatisierende, also dem Alkohol entsprechend, hier Passionsfrucht aufgefüllt. Also wenn man nur diese weiße Schokolade probiert hat, war es mir ein bisschen zu süß, aber in Verbindung mit der Passionsfrucht perfekt. Zwölf Euro für das, was hier auf dem Teller war und die handwerkliche Arbeit deutlich zu wenig. Es ist ein Kollege, und zwar ein begeisterter Kollege. Einer, der sich nicht zu schade ist zu sagen, Alter, ich esse hier gerade auf einem Niveau, was mir einfach Spaß macht. Und das sage ich, das finde ich toll. Und was sagt Ruhrpott-Lady Pia zu ihrem herzhaften Ausklang des Abends? Ja, ich habe hier dreierlei Käsesorten von einer großen Auswahl, die ich mir so ausgewählt habe. Ich hätte noch mehr Auswahl haben können, wenn ich gewollt hätte. Also der Käse ist wirklich nach meinem Geschmack. Der Feigensenf ist auf jeden Fall selber gemacht. Ist sehr grobkörnig, aber sehr, ja, der hat eine ganz tolle Schärfe. Der Feigensenf war für mich auch wirklich super lecker. Ich habe noch nie selbst gemachten Feigensenf gegessen und auch in keinem Lokal schon mal jemals Serviet bekommen. Zum Abschluss hier den Mont Briant, den ich am würzigsten finde. Und ja, damit habe ich dann alle Geschmacksvariationen probiert und genossen. Ja, mein Käse war auf jeden Fall ein gelungener Abschluss, wobei mir die Portion viel zu groß war. Für mich gehört ein richtig guter Käseteller in jedes Restaurant. So, jetzt kann man sagen, das ist ja nicht viel Handwerk, ich schneide den nur an. Ja, dann mach halt das Brot dazu, mit Nüssen zum Beispiel. Dann mach wenigstens den Feigensenf selber dazu und dann kriegst du deine Punkte. Die sehen wir gleich, doch vorher steht noch Hendricks letzte Amtshandlung an. Schon wieder unangenehme Teil, glaube ich. Die Rechnung. Auch französisch. Mal schauen. Ob die Mitstreiter gleich von den Stühlen fallen? Was sagen die Zahlen? Ist Qualität automatisch teuer? Endsumme liegt bei 384,40 Euro. Wir haben jetzt ca. 272 Euro fürs Essen ausgegeben und da wir auch eine Weinbegleitung dabei hatten, ca. 111 Euro für Getränke. Wo ich auch sagen muss, die Definitiv in Ordnung ist. Das klingt doch zufrieden, also keine böse Überraschung. Was sagst du zu der Summe, Mike? Fazit zu dem Abend ist, es ist wirklich für das, was geleistet worden ist, es ist günstig. Das muss man sagen. Aber vorher wird es ernst. Wie bewertet die Ruhrpott-Runde den heutigen Abend? Kann Hendricks französische Küche den Sieg einfahren? Ich gebe dem Hendrik und seiner guten Stube heute für den gelungenen Tag neun Punkte. Exakt zehn Punkte. Neun Punkte. Ich gebe dem Hendrik und seiner guten Stube volle zehn Punkte. Das sind stolze 38 Zähler und damit vorerst die Führung. Ob Dirk die morgen übernehmen kann? Da geht es ins Firebowl, Bowling und amerikanische Küche. Kann Dirk damit überzeugen? Jetzt sind Sie im Tempel der Fröhlichkeit und ich werde Ihnen genau zeigen, was richtig Spaß bedeutet. Jetzt geht es zur Sache. Ich werde Sie jetzt voll überzeugen. Begeisterung pur. Siegessichere Worte aber sind auch die Mitstreiter begeistert. Natürlich kann man sowas noch verfeinern mit Zitronenabrieb. Bleibt ein Minzblättchen drauf, ne? Genau, sag ich ja. Präsentation. Da musst du was Witziges einfallen lassen.